Ekelhaft, wenn ich die Karte schon sehe. Ekelhaft, Ekelhaft. Willkommen zu einem neuen Gefecht, yeah! Jawohl, zu einem ekelhaften Gefecht. Haben wir schon erwähnt, dass es ekelhaft ist? Nein, das ist gut. Sag mal, was hältst du von dem Gefecht? Ekel ist einfach nur... ...ne? Ekelhaft. Ich weiß, wie die die Karte erstellt haben, da war bestimmt einer irgendwo scheißen, hat sich nur abgewischt und hat dann aufs Toilettenpapier geschaut. Ja. Ja, das ist es! Dann durchs Büro und sagt, guck mal, was ich gemacht habe. Dann können wir verwenden! Wie ist Scheiße! Wie ist Scheiße! So, Tau, den Gegner-Team hier. Montana, Friedrich, Schnafgerleiner, Zwoma, Bismarck, Imanetau, Ronalds, Ataro, Shima, Kassel, Fletcher, Yukumo, Benson... Vier Zerstörer auf der Gegenseite und wir haben aber wieder nur drei. Ja, dafür haben wir aber eine Kutus auf. Ja, toll, klasse. Dafür haben die eine Atago ohne Mino-Tau. Mhm. Ekel will eigentlich gar nicht losfahren hier. Nee. Wart ihr mal vor. Wart ihr mal vor, meine Freunde. Wart ihr mal vor. Ich schieß gleich. Ich decke auf. 23,4 Kilometer. Damit kann man arbeiten. Komm, lass mal wenigstens mal ein Viertel fahren. Jetzt hast du es denken, ich bin AFK. Mhm. Da qualm ich schon das Schöne-Steinchen. Die Che-Chin-Steinchen. Das hat gar nicht richtig für eine Nachladezeit haben wir hier an dem Tapete. Äh, ich glaub... Die Minuten 23. Genau. Ach, jetzt in der Welt wusste ich genau. Bis 20.15 Uhr. Da kommt man in Berlin. Jetzt die Frage, treffe ich die? Oh, erschossen unentdeckt. Treff zwar nicht, aber... Jetzt bin ich entdeckt. Der Slalom. Yeah. Treffer. 4.000. Durch Slalom fahren. Die hat gerade in meinen Schuss reingefahren. Oh. Die ist gut weg. Ja. Zeig. Die waren schon unterwegs. Ja. Hab ich gerade geschossen. Scheiße. Okay. Erstes Blut. Yeah. Die Nutte. Ups. Hab hier rechts den Friedrich gleich nebenher. Bin halt gerade abgesetzt. Okay. Ich fahr dann jetzt mal zu C rüber. Sehen wir nicht, glaub ich. Boah, ich denk mal bei C wird nämlich auch keiner sein. Die ganze Gegner-Team ist bei A. Das sind auch die drei Zerstörer. Ja, ne, ist klar. Ich krieg schon hier eins geschenkt. Was hat mir denn gerade hier so ein geschenkt? Der Friedrich zu. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. So, jetzt gehen wir aber mal ganz schnell Gas. Weiter kommen Torpedos. Jo. 1300 auf einem Minotau seitlich. Das kann ja alles nicht wahr sein. Jo. Das ganze Gegner-Team ist noch A unterwegs. Find ich cool. Mhm. Oh. Oh, oh, Fletcher. Das ist dein Todesurteil. Der ein Glück. Ne, die Torpedos haben alle vorher aufgehört. Na ja, deswegen. Sag ich ja, hat der ein Glück. Der Sack. Ja, manchmal hat man jo mit Glück zu tun. Bei Nieder? Deine Sonne, ey. Ich hab ihn schon platzen gesehen. Weil ein Sushi Makase, Torpedo, ey. Na, die haben sie jetzt zum Glück verkürzt, die Torpedos. Auch 16, ne? Das ist mir aufgefallen letztes Mal. Na generell. Plus noch 16. Ach so, du hast ja nachgeguckt, ja. Stimmt ja. Genau. Ah, der Schritt ist also wesentlich langsamer. So. So. Dann können wir jetzt ja zur A rüberfahren. Mal schön hochfahren. Ja, ist wahr. Die tummeln sich alle da so hinter der Insel. Außer die Zerstörer, die kommen grad aus dem Kettenkreis raus. Alles schießt hier auf mich und zack, 17.000 gedreht. Alter, die Seite wegdrehen hier. Alles nix. Und treff nix, es ist zum Kotzen, ich treff hier nix. Hm. Okay. Ja. Das nächste Mal Bescheid, ich wollte nicht grad eindrehen eigentlich. Ach so, ich dachte, ich schie... Ah ja, das wäre wahr. Ich dachte, dass... nicht, dass du in die Richtung wärst. Das sind nämlich hier diese geilen, äh... dritte, zweite Reihe Torpedofizis hier. Auf keinen Leider, fick dich doch ins Knie. Ah, Fletcher schön rausgedreht aus dem Torpedos. Nö, ich fress einen. Ist klar. Ich komm so von der anderen Seite. Alter, ich bin schon mit der Nase im Nebel. Wieso bin ich immer noch entdeckt? Okay, was machen wir den Torpedos? Ich krieg hier kein Schaden, ne? ... ... ... ... Los Caroline, er ist draußen. Ja. Für Bismarck. Ja. Der Friedrich wieder zu. Oh ne, bremsen, bremsen, bremsen. Was? Oh, ich hab ein Schiff versenkt, ja Wahnsinn. Muss löschen. Ja, das war die Montana. Mit N3000 Schaden, das ist so lächerlich. Tolle Breitzeit hier gestanden, das Ding braucht ewig bis das losfährt. Nur ein Wichs. Ich hab schon wieder Wichs gemacht, äh nix gemacht hier. Mhm. Dach, er ist ekelhaft, die Karte. So, dann musst du noch einen versenken, Monkey und ich haben schon einen versenkt. Achso. Ja. Aber nicht so einfach hier, wenn du nicht ran kannst und immer aufgedeckt und Radar bei den Arschlöchern. Ja, sieht so aus. Aber weit schießen kannst du relativ, oder? Oder nur neun Kilometer. Ne, glaub nicht. Man löst jetzt aber auch keinen Brand aus, hier auf dem Windraum. Das hab ich mit der Belfast aber im Moment auch, ne? Trotz Uschlotzünder und dem ganzen Scheiß, äh. Ah, ich glaub da geht die Brandwahrscheinlichkeit runter oder wieder. Jaja, um 2%. Und dann werd ich den Uschlotzünder mal wieder rausnehmen. Vorsicht, du ranst gleich hier. Türpitz und Hipper und so, hier kuscheln. Ne, danke. Ne, danke. Kuscheln. Hach! Dach! Alter, ja man, du pass auf! Na. Das rinnt auch noch hier. Und er ist raus. Ach, Bombenmenn hat schon seinen 2. versenk. Angebern! Da kommst du locker raus Jetzt nach links, nach rechts lenken, zack zack Inno Tau würde ich mit AP schießen, da kannst du den Titanenballer wie blöde Ja hier ist aber noch andere Zeug Das macht ja nix Da werden wir mal gucken, ob ich den Zerstörer hier aufmache Da sind ja immer noch drei Stück lang Wer braucht das? Da ist es Nicht mal Kass Ja Ach, da ist ja die U Muss ich mal Mal hinbegeben Nichts Ich habe die Rissen gemischt Ach, die sind Zeit, ihr braucht jetzt nur noch BAC zu verteidigen, ehrlich? Und euch nicht zusammenschießen lassen Da ist ja der Blitz, da bin ich weg Okay Hab ich abgerissen Hab ich noch mal Drei Einer ist unterwegs nach C Yugumo ja Ja Aufpassen Oh, das ist ja... Die zwei Schiffe noch raus, die durften wir eigentlich in Kogna... Oh, oh, Rikki, rechts... Ja... Alter, wo ist denn der jetzt durch, der doch Dedo bitte? Das sah ziemlich mittig aus, ne? Nee, nee, der ist an meinem Arsch vorbei. Oh, Mann, das ist schon mal Geschichte. Aber auch gegen Schuss, weil irgendwo rechts hier irgendwo rein muss. General da oder sowas? Wart gezündet. War es mal hinter der Insel hier blieben? Entdeckt. Da ist die Fletcher. Da ist die Fletcher. Ja, die Zau fährt jetzt direkt breitseitig hin. Da kommen die Torps. Alter. Sehr schön. Torps. Auge. So, Torpedos hat sie keine Medi. Da hat die 3 Werfer, Ricky. Die hat 2, ja. 2x4, ne? Ja. Dann geht er hin. Weiß nicht. Alter, was denn hier noch... Kaputt. Torpedos. Freit gefächert. Oder schmal. Wo denn? Ne, bei Monkey war ich. Drehen, 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 drehen. Der Monkey kommt wieder in Stress. Obwohl sie keine Torpedos mehr hat. Du brauchst keine Angst haben. Oh, Runde zu Ende. Aber ich hab noch einen Kill gemacht. Krass. Monky hat sie einen dritten gemacht. Der verfällt immer in Stress, weißt du? Ja. Ich hab das nicht mitgekriegt, ob sie auch jetzt nur Torpedos hat oder nicht. Die hat keine mehr, hallo? Okay, naja. In diesem Sinne, hat er keine Torpedos mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.